Wie bereits letztes Mal angekündigt, heute unser erstes Tutorial-Video zum Thema Scriploads. Mehr dazu nach unserem Intro. Als Scripload bezeichnen wir die Funktionsstörung einer Schusswaffen aufgrund einer pulverlosen Hülse. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Warum? Das Zündhütchen alleine hat genug Energie, um das Geschoss in den Lauf hineinzutreiben. Wie das Ganze dann ausschaut, werden wir euch heute dann im Anschluss noch demonstrieren. Damit wir verstehen, was bei einem Scripload vor sich geht, werden wir uns jetzt als nächstes einmal den Aufbau einer Patronen ausschauen. Aus dem Grund haben wir uns eine Patrone delaboriert und werde euch nun im Anschluss die einzelnen Komponenten erklären. Wie ist eine Patrone prinzipiell aufgebaut? Wir haben hier einmal die Hülse, das Geschoss, das Zündhütchen und dann natürlich auch das benötigte Treibmittel. Auf der Unterseite der Patronenhülse befindet sich hier ein gepresstes Zündhütchen, welches eben wie gesagt schon genug Energie mit sich bringt, um das Geschoss in den Lauf hineinzutreiben. Treibladungspulver sind heutzutage Nitrocellulosepulver, einbasig und zweibasig. Um euch zu zeigen, was für eine Kraft in so einem Zündhütchen drinnen steckt, haben wir jetzt eine spezielle Hülse einfach ohne Pulver und ohne Geschoss geladen, rein mit einem Zündhütchen. Das werden wir jetzt dann im Anschluss auf eine weiße Papierscheibe abschießen, damit ihr mal seht, was da wirklich für Energie drinnen steckt. Natürlich brauchen wir unseren Gehörschutz, weil es ist natürlich trotzdem auch mit ein wenig Lärm verbunden. Wir werden jetzt diese Hülse in die Waffe hineinstecken und begeben sich jetzt einfach einmal zur Scheibe. Ja, wie ihr jetzt selber schon gesehen habt, haben wir jetzt auch aus zwei verschiedenen Distanzen geschossen. Bereits schon aus weiteren Entfernungen hat man schon gesehen, da ist richtige Energie da. Ganz speziell sieht man es dann beim aufgesetzten Schuss, da ist ein richtig schönes Loch jetzt perforiert. Wir sehen auch auf der Rückseite von der Scheibe, das ist durchgegangen. Würde man jetzt zu der Energie hinkommen, die das Zündhütchen hat, und direkt zum Streu würde es einem sogar, glaube ich, das Fingerspitzen auf jeden Fall abreißen. Also da ist wirklich Kraft dahinter. Wie das Ganze jetzt dann im zugefahrenen IPSC-Match zum Beispiel passieren könnte, werden wir euch jetzt demonstrieren. Dazu werden wir uns jetzt wieder kurz zurück zu unserem Platz begeben. Jetzt werden wir euch das Ganze ja wie angekündigt demonstrieren, wie das jetzt innerhalb von IPSC-Match zum Beispiel ablaufen könnte. Dazu werden wir uns heute einmal die S&W M&P 9 Core vornehmen. Wir haben auch wieder bei uns in der Werkstatt Patronen dementsprechend präpariert. Wir haben da jetzt ein Skipload-Ladungen fabriziert. Wir werden jetzt einmal zwei Schuss normaler Munition laden, einen Schuss Skipload und dann wieder anschließend zwei Schuss von normaler Munition. Wie das Ganze sich jetzt auswirkt, werden wir euch jetzt gleich zeigen. Prinzipiell wird es jetzt zu zwei Situationen kommen können. Einerseits ist das Geschoss so weit in den Lauf vorgedrungen, dass die nächste Patrone gar nicht mehr nachkönnte. Das ist der Idealfall, weil da sollte man das im Normalfall dann auch schon mitbekommen haben, dass man einen Skipload hat und dann nicht weitere Manipulationen vor sich nehmen, sondern eher die Stage, die Übung, das Schießen beenden. Die zweite Variante ist die etwas unglücklichere Variante, die ist diejenige, wo das Geschoss schon viel weiter vorne ist und ich dann die Möglichkeit hätte, die nächste Patrone hineinzurepetieren. Kommt leider sehr oft vor. Leider schon sehr viele Waffensprengungen selbst in der Hand gehabt. Aufgebrauchte Läufe kann man vermeiden, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. Aus dem Grund werden wir uns jetzt wieder zurückbegeben Richtung unserer Scheibe. Wie gesagt, noch einmal ganz kurz zur Erinnerung, jetzt kommen zwei Schuss normal und dann der dritte Schuss wird dann der Skipload sein. Was danach passiert, werden wir jetzt dann gleich feststellen. Jetzt haben wir gehört, da hat sich jetzt nichts getan. Wir haben jetzt auch vielleicht festgestellt, der Verschluss hat sich gar nicht bewegt. Ist schon einmal das erste Indiz, dass irgendwas nicht passt. Wenn wir jetzt die Waffe einmal durchladen, merkt man, oh, da ist eine Hülse drinnen, die nicht rausgeflogen ist. Jetzt kommt die nächste Situation, möchte ich euch jetzt einfach zeigen, was passiert jetzt. Und da haben wir jetzt genau die Situation, die die Idealsituation wäre. Man sieht jetzt hier, dass die Hülse bzw. die Patrone jetzt nicht wirklich richtig zugeführt werden kann und der Verschluss auch nicht komplett verregelt. Spätestens dann sollte man jetzt bitte nicht anfangen, hinten am Verschluss drauf zu hauen. Das könnte mitunter dazu führen, dass wir das Geschoss weiter vortreiben. Irgendwann ist der Verschluss so weit fuhren, dass wir dann schießen könnten. Und danach kommt es definitiv zu einer Zerstörung des Laufes. Wie wir das Ganze jetzt dann rausbekommen aus dem Lauf, zeigen wir euch jetzt anschließend. Im Regelfall werden erfahrene Range Officer euch, wann so ein Squidplot passiert, abbrechen und sofort Stopp schreien. Überlegt es da nicht lang nach, brecht es ab. Es hat einen Grund, die meisten Range Officer haben schon sehr viele Squidplots erlebt und wollen euch da einfach wirklich vor der Zerstörung einer Waffen bewahren. Jetzt kommt es dann auf die Situation drauf an. Entweder wir können die Waffen noch entladen auf der Stage selbst, dann wird uns der Range Officer in die Safety Area schicken. Wenn nicht, werden wir das Ganze gleich direkt auf der Range dann bzw. auf der Stage dann gleich beheben. Wir sind jetzt wieder zurück im Studio. Wir werden euch jetzt einmal zeigen, wie das Ganze überhaupt aussieht. Dazu werden wir jetzt die M&P einmal auseinandernehmen. Wir werden uns den Lauf herausnehmen. Und wir werden jetzt auf einmal feststellen, wenn wir jetzt durchsehen, dass hier das Geschoss steckt. Wie wir jetzt schon erkennen können, steckt das Geschoss jetzt im Lauf drinnen. Gott sei Dank im vorderen Drittel. Zumindest haben wir die nächste Patronnehmer nachladen können. Steckt das Geschoss im vorderen Teil des Patronenlagers bzw. schon im Lauf, empfiehlt es sich, dass man das Ganze von vorne nach hinten wieder durchschlägt. Ist das Geschoss jetzt auch dann schon weiter vorne, bitte auf jeden Fall in Laufrichtung durchschlagen, da man sonst den Lauf ein wenig beleidigen könnten. Grundsätzlich kann ich euch empfehlen, dass ihr euch im Baumarkt Messing vollmaterial organisiert, bzw. Aluminium. Bitte auf keinen Fall aus Stollstange oder Kunststoffstange. Die meisten Kunststoffstangen halten das leider Gottes nicht aus. Messing ist ein relativ weiches Material, aber trotzdem relativ widerstandsfähig. Wir werden jetzt einmal das Geschoss aus dem Lauf hinaustreiben. Dazu werben wir jetzt die Stange nach vorne hinein. Und wir haben das Geschoss jetzt aus dem Lauf befreit. Was man auch schön erkennen kann, ist jetzt, dass der Boden des Geschosses dann sehr schwarz ist. Das kommt aufgrund, wie man zuerst schon auf der Scheibe gesehen hat, rein vom Verbrennen des Zündhütchens. Nachdem wir das Geschoss erfolgreich aus dem Lauf befreit haben, empfiehlt sie sich, dass wir den Lauf dann einmal kurz durchputzen, mit einer kurzen Blickkontrolle einmal durch den Lauf durchblicken, um festzustellen, ob er irgendwelche Beschädigungen erlitten hat oder nicht. Wir haben unseren Lauf bereits gereinigt und werden jetzt unsere Waffen einfach wieder zusammensetzen. Der Funktionstest, die Waffen ist wieder sicher, fertig. Wie gesagt, empfiehlt sich auf jeden Fall definitiv, so ein Stangerl auf jeden Fall immer mitzuführen im Rangeback. Kostet nichts, kostet nicht viel Blots im Rangeback und man kann auch anderen Schützen damit sehr behilflich sein. Prinzipiell besteht immer die Gefahr, einen Skiplot zu haben. Vorrangig passiert das Ganze jedoch bei wiedergeladener Munition. Aber dennoch auch bei Fabriksmunition ist es das eine oder andere Mal schon vorgekommen. Man muss rechnen, dort fliehen teilweise 40, 60, 80.000 Schuss die Stunde runter. Und das birgt natürlich genauso auch gewisse Gefahrmomente, dass da einfach einmal ein Fehler passieren könnte. Ich kann an jedem von euch raten, ich mache das persönlich mit all meinen Burschen im Verein, dass ich ihnen mal ein Skiplot produziere, sie auch damit schießen lasse, damit sie einmal selbst die Erfahrung haben, wie fühlt sich das Ganze an und vor allem, wie hört sich das Ganze auch an, wie habe ich danach zu reagieren, um einen Laufstecker wieder zu beheben. Wir hoffen, wir haben euch heute einmal jetzt sagen können, wie man bei einem Skiplot richtig reagiert und auch den Laufstecker anschließend richtig beseitigt. Für alle, die heute gut aufpasst haben, wir haben heute die MOP 9 Core in Verwendung gehabt. Für uns steht die MOP 9 Core, die perfekte Production Optics Waffe da. Ebenso werden wir dann auch das RMS vorstellen, der Firma Shield. Wir hoffen, unser erstes Tutorial Video hat euch ebenso gut gefallen wie unser erstes VFU Video. Gebt uns wieder ein kurzes Feedback, damit wir uns ständig weiter verbessern können. Ebenso möchte ich an dieser Stelle meinen riesengroßen Dank an die Jungs und Mädels aus meinen Verein aussprechen und ganz speziell an den Michi, der hinter der Kamera steht. Wieder Facebook, Daumen hoch, YouTube-Channel nicht vergessen zu abonnieren. Da unten befindet sich der Button. Einfach draufklicken und bis zum nächsten Mal. Stay safe!